Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Lego, der Herr der Ringe mit Tahui Yuga in Gastkommentationen. Quatsch, es ist ja ein Let's Play Together, ne? Genau. Ich zack hier auch mit. Ja. Jo. Es hatte sich letztes Mal aufgehangen, falls ihr das noch in Erinnerung habt. Ja, und netterweise hat das Spiel gespeichert. Nett. Ja, haben wir gerade eben festgestellt. Brr, alles kaputt machen. Brr, ey. Die können uns gar nichts. Nee. Godzilla würden wir auch nichts können. So, letztes Mal hat sich ja aufgehangen. Ich hoffe, diesmal passiert das nicht. Wäre schon sehr schön. Das... Brr, blödes Feuer. Brr. Ich mach mal grad das da oben kaputt. Mach das mal. Hey! Oh, was ist das? Ach so, kreis. Ja, das zeigte dir extra an. Was? Was? Was zur Hölle? Geht doch! Okay, doch. Ist da was? Geht doch! Eine Schlucht, die ich nicht sehe. Jetzt nimm das scheiß Ding! Ehingard ist bald in Schuttenasche. Zerstörung! 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 Vernichtung! Vernichtung! Tod! Nein! Tod den Orks! Was das hält! Ja, das ist schon ein ziemliches Wunder eigentlich. Es ist genau für uns gemacht, dass wir gerade noch so drauf laufen können. Ja! Kaputt, ihr Teile! Irgendwie stand der End! Irgendwie kommt's mir so vor, als ob wir noch genug Geld bekommen. Ja? Ah, blöder Stein! Blöder Stein? Blöder Stein, hab ich gesagt. Ich weiß. Warum kann Baumwarte eigentlich einmal rüber hinweggehen? Macht das Zahnrad kaputt? Genau, jetzt macht er das schon mit seinen Füßen kaputt. Doch, das ist ja doof. Ja, genau. Schick alles in Brand. Feuer! Fui, fui. Oder was? Oder was hier? Machen wir hier schön Sachen kaputt und so weg? Alles wird kaputt gemacht. Nichts wird üblich mehr, außer dieser schwarze Turm. Aus welchem Material besteht der denn? Aus Granit? Nein, aber wir bestehen auch nur aus Holz. Baumwarte schreitet so da. Ah! Hilfe! Hilfe! Achso. Ah! Hilfe! Achso ist das. Ich stehe... Ich stecke fest. Natürlich! Wir kriegen das noch voll. Wir kriegen's voll. Wir haben es ja jetzt schon. Es will es fertig. Nicht? Diese blöden Steine. Diese Finslinge. Diese Fieslinge mit ihren Steinen. Ähm, ich bräuchte dich mal. Ah! Ne, da ist es ja. Das letzte Wasserrad muss kaputt gehen. Der Fluss wird doch befreiend. Sobald ich das da kaputt gemacht habe. Wirst du mich abwerfen, Frau Ars? Nein, ich möchte an was drankommen. Äh, war was drin? Da war was hinter dem Feuer. Yeah. Diesmal mal drei Teile. Voll die Leistung und so. Ja, sag er mal. Ja, so geht's auch. Höher kann man nicht? Das ist sehr dusselig. Kannst du das letzt... Dazu braucht man einen dieser Steine. Ja, den muss man nach oben hin mitnehmen. Boah, wie er nicht an diesen Dingern vorbeikommen kann, ne? Hä? Wo braucht man da? Warte, ich mach. Nee, musst du machen, will er nicht. Huh? Bringt das was? Schätze, ja. Alter, was ist dein Problem, Baumbart? Äh, du bist nicht Baumbart. Ja, dann irgendein anderer Ent. Bei dir funktioniert das. Was soll denn der Scheiß? Oh yeah, ist auch mal ein. Schön, schön. Dann kümmerst du dich um den Weiterweg. Und ich guck dir zu. Na, sag er mal. Danke. Hehehe, hehehe. Jetzt mach doch Baumbart. Haltet euch fest, kleine Puppe. Blub, 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 blub. Meine Herren, willkommen in Isengard. Junge Meister Gantel. Hier gilt es, mit einem Zauberer fertig zu werden. Und da muss Saruman bleiben. Unter eurer Aufsicht, Baumbart. Er hat keine Macht mehr. Bei meiner Borke. Peregrin Tuck. Das nehme ich, mein Junge. Wo halte ich? Hehehe. 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 Wir müssen noch Edo verpreisen. Ist sein Bad etwa ein schwarzes Loch? Nein, aber scheinbar scheint er ziemlich klebrig zu sein. Hehehe. Zumindest klebrig genug, um so das doch festzuhalten. Kaufverfügbar. Ja, ja, ja. Hehehe. 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 Das übliche, ne? Das ist halt das übliche. Yo. Oh, yo. Ordentlich Kohle verdient. Hehehe. Aber das haben wir auch nie voll gekriegt. Werden wir wahrscheinlich auch nicht. Mitrin Boxhandschuhe. Hehehe. Oh, man. Hehehe. 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 Geschichte fortsetzen. Smeargold. Hehehe. Wir warten nicht auf dich. Komm schon. Herr. Herr passt auf uns auch. Töte ihn. Töte sie beide. Und dann nehmen wir den Schatz. Und wir werden der Herr sein. Hehehe. Ja, nein, nein. Ist zu gefährlich. Ist zu gefährlich. Wir können sie es tun lassen. Wir können sie es tun lassen. Ja, sie könnte es tun. Und wir nehmen ihn. Sobald sie tot sind. Sobald sie tut. Hey, Gallo. Schhhh. Schhhh. Komm, jetzt tut es. Lange Weg noch zu gehen. Smeargold zeigt euch den Weg. Immer took me for. Maybe I am the hell like. Mutti dieá-koon. Da müssen wir das nicht mehr ansehen. Nee, ähm, da fällt mir grad ein, die haben da was weggelassen. Hm? Die haben da was weggelassen. Dann wär's doch mal. Die haben da weggelassen, wie, äh, dass das mit Gollum ja zwischendurch war, dass die Persönlichkeiten, Smiagol und Gollum, dass die sich, die sind ja aufgespalten. Ja. Dass Gollum zwischenzeitlich als Person weg war und dass da nur noch Smiagol da war und dass das dann hinterher aber wieder zurückgekommen. Ja. Ja, ist ja zwischendurch so ein bisschen zum Guten gewandelt worden und das ist dann aber hinterher wieder weg gewesen. Ja, das Problem war nur, nur im Spiel war man an diesem Ort nicht, wo das passiert ist. Ja, der wurde einfach übersprungen. Ist ja auch kaum für ein Level geeignet. Nee, hätte man ja auch nur in einer Cutscene zeigen können, zum Beispiel. Ja. Ja. Nee, ich würd sagen, das müssen wir gar nicht mit dem anderen Level zusammenschneiden. Die Zeit passt ja jetzt, dass das ja ein Punkt ist. Ich würd sagen, ich mach es kurz bevor ich würde es dann schneiden, kurz bevor wir ins andere Level reingehen. Genau. Sozusagen. Das bietet sich ja an. Das ist schon mal. mit dem Banks-Level war es nur als nächstes. Hm. Gameplay-technisch sieht das hier wie die Stille aus, wo sie auf Gollum gestoßen sind. Nee, nee, ich verwechsel da was. Ich kann Gollum spielen. Ist ja lustig. Ja, aber da nicht lang gehen, da nicht lang gehen, das machen wir später. Darf ich da noch nicht hin? Nee, ich will das ungefähr so machen, wie es im Film Reihenfolge ist. Geld. Oh. Pippe. Hm, 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 hm. Bist du wahnsinnig? Ich will's mir nur mal ansehen. Ich seh'n dich. Pippe! Hilfe! Gandalf! Nerrscher Tug! Gandalf! Was hast du gesehen? Da war ein weißer Baum in einem Hof aus Stein. Er war tot. Sauron plant einen Angriff auf die Stadt Minas Tirith. Sie müssen gewarnt werden. Das werden sie. Ich reite nach Minas Tirith und ich werde nicht allein gehen. Rohans Volk muss kriegsbereit sein. Irgendwie. Und Rohan wird antworten. Die Heerschau soll beginnen. Versammelt das Heer in Dunhark. So viele Männer wie sich finden lassen. Reiten wir nach Gondor und in den Krieg. Lauf Schattenfell. Zeig uns, was Eile heißt. Willst du einfach Eile neu definieren? Da ist ja auch wieder mal viel weggelassen worden, aber ich bin da ehrlich gesagt sehr froh, weil ich weiß, der dritte Teil hatte eine ziemliche Überlänge. Oh ja! Generell hatten diese Filme eine ziemliche Überlänge und denen hat man es mehr angemerkt, als man es bei Der Hobbit angemerkt hat, fand ich. Ist ja bislang nur ein Teil von einem Kino, der zweite kommt der Bolt. Kommt ja Ende des Jahres? Ja. So. Dummdi dummdi dumm. Ah! Aragorn! Jetzt! Auf! Tu diesen Berg da! Komme ich von hier zufällig? Ja. Ja. Ein gutes Panorama. Aha. Man sieht schon von Weitem, wo man hin muss. Und was ist das, was hier so brennt? Das ist Saurons Auge. Aha. Heißt, man kann da nicht hin. Ist das zufällig aus Gilead? Ja. Dummdi 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 dummdi. Wehrt euch, ihr Grashaufen! Und nächstes Level. Wir sind nicht ein Urlaub. ich bin ja Info. Ich bin ein vr Boden. Ich bin ich zuf~!